So, Hallihallo meine Motorvlog-Freunde, euer Dotzer oder Mittel ist wieder mal am Start mit hier praktisch in der Endwoche vor den Bruchstrich-Fahrern. Nein, das sollte nicht gelästert werden, weil warum ich darüber nicht lästere, das seht ihr jetzt gleich nach dem Intro. So, warum ich nicht lästern will oder werde oder möchte, ist er natürlich unter den einschlägigen Bikern. Ich meine, ich habe es wieder gesehen auf der Messe, da sind die richtigen Biker gekommen und der kleine Michel mit seinem zukünftigen Schwiegersohn, ich hoffe, hi Tobi, die haben dem Wetter und Wind getrotzt, ja, und sind hier mit dem Moped angekommen und die anderen neben dem Pampers Bomber. Weiter hingestellt, ob es vernünftig war oder nicht vernünftig war, egal. Ja, warum lästere ich mich darüber? In den einschlägigen Gesprächen, die wo man es erhört, dann ist hier der Winterbiker, der ist hier der absolute Held, weil ja auch im Winter mal fährt, wenn es kalt ist und dadurch natürlich mehr Erfahrung hat und auf alles Mögliche verzichten kann, der das nicht braucht und das nicht braucht und ja, Leute, ganz ehrlich, Schwachsinn. Also wirklich Schwachsinn. Ich ziehe jetzt nicht alle zum Vergleich, sondern ich ziehe jetzt einfach mal mich zum Vergleich dazu. Ich meine, mit meinem alten Hobel hier mit der Varadero, so, ja, dann macht es ein Krümelchen Salz, macht halt einfach nicht viel aus. Ist halt mal dahingestellt, die einen sagen, wie kannst du nur, bla bla bla, meine Sache. Ich habe die Möglichkeit, jedes Mal, nach jeder Fahrt, so mein Gerät hier, nicht, ja, mein Moped, mein Moped wieder sauber zu machen und abzudampfen und auch abzublasen, dass wieder trocken wird und zu trocknen. Das haben natürlich viele andere nicht und darum scheuen die auch, dass sie im Winter fahren. Und da ja normal im Winter eigentlich immer Salz gestreut wird und ja, lassen sie halt lieber gleich das Moped abgemeldet in der Zeit, sparen sie Steuers, sparen sie Versicherungen, sparen sie natürlich auch den Spaß, den wo sie mal haben könnten, wenn es dann doch anders ist. So, jetzt gehen wir mal davon aus, also ich bin ja einer, der fängt, ähm, früh um zwei Uhr das Arbeiten an und, ähm, wenn ich keine Bereitschaft und kein Dienst habe, bin ich eigentlich so um zwölf Uhr mittags, bin ich eigentlich zu Hause. Ja, also so in der Regel so. Nach guten zehn Stunden bin ich so nach Hause, bin ich zu Hause. Ähm, und da halte ich natürlich oder habe ich natürlich auch die Chance, ähm, wenn da natürlich mal ein Kalt ist, aber vielleicht auch so ein Wetter wie heute, äh, wenn da so ein Wetter ist, dass man dann mal, ähm, aufs Moped steigt und um die Häuser sieht. So, ich bin da ja ein Vernunftsfahrer, ich, äh, sag, nee, äh, weiß der was, der hat ja gearbeitet, ich esse erst mal in Kleinigkeit, trinke vielleicht noch einen Kaffee, dann, äh, lege ich mich erst mal zwei Stunden aufs Ohr, ähm, da ich ja sehr, sehr wenig schlafe und irgendwie hat sich das halt eingebürgert. Ich schlafe in der Nacht drei Stunden, also bis zur Arbeit, und Mittags dann nochmal zwei und, ja, ob es gesund ist oder nicht gesund ist, ist jetzt mal dahingestellt, ist auch scheißegal. Ähm, irgendwie passt mir das nicht, dass der da vorne dran ist. Ja gut. Das finden wir doch wieder mal anständig, das hat er gehört. Ne? Fein. Und jedes Mal denke ich hier in der Kurve, wenn ich da fahre und der stellt seinen Sattel da in der Kurve ab, der steht mitten in der Kurve. Jedes Mal denke ich daran. Eigentlich müsste ich es langsam wissen. So, ähm, ja, wo waren wir jetzt? Ah ja, bei meinem Schlafverhalten, was ja unwichtig ist. Ähm, ja, auf jeden Fall lege ich mich dann erst mal hin, und dann ist so drei Uhr circa, ähm, halb vier, bis ich mit der Frau da noch was gegessen habe. Und, äh, ja, in der Winterzeit wird es halt um halb fünf eben dunkel. So, dann guckst du auf die Uhr, dann guckst du dir auf den Temperaturfühler, dann guckst du aufs Wetter, was draußen ist, und dann denkst du dir, mhm, ja, naja, gut, äh, man könnte eigentlich. Das geht dann alles ein bisschen so träge, und dann ziehst du dann alles so raus, und dann denkst du dir, weißt du was, bis du die ganzen scheiß Klamotten hier alle wieder anhast, ja. Also, äh, schöne Grüße an den Röhntreiber, drei Paar Socken, davon einen selber gestrickt, von der HOMA, äh, dann deine Funktionsunterwäsche, dann, äh, nach der Funktionsunterwäsche, äh, noch die Thermo, Thermounterwäsche, die Funktionsunterwäsche, die wohnen drunter ist, dann deine, ja, dann dein normales Outfit halt mit Innenfutter, und oben nochmal, äh, zudem nochmal drüber, weil die Stirn ja einfach, äh, ich meine die Brust ja einfach ein bisschen mehr belastet ist, hoppala, ich soll da aufpassen, wo man hinfährt, ähm, weil die einfach mehr belastet ist, dann vielleicht nochmal ein Hude drüber, dann ziehst du noch deinen Kragen hier unten an, äh, ja, dann guckst du vielleicht, ob du vielleicht noch ein Video aufnehmen könntest, oh, scheiße, äh, Kam nicht geladen, keine Batterien geladen, oder Speicherkarten noch nicht gelöscht, äh, ja, naja, ich denke mal, ihr wisst, was ich damit sagen will, und, äh, ja, das schwenkt jetzt aber alles wieder zu weit ab, äh, das sollte ja nur so ein kleines Beispiel sein, ähm, also im Endeffekt fährst du gar nicht so oft im Winter, mein einer, wo es beruflich braucht, schönen Gruß an Akkutzige, den Kanal, verlinke ich mal da oben, ähm, die verdient jeden Tag mit dem Moped, die hat sich jetzt extra nochmal so ein kleines Stadtmoped gekauft, ähm, Hut ab, wirklich, vor dem Mädchen, das ist nur ein Jahrgang, äh, ja, die, 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 die es brauchen, die, die jeden Tag damit fahren, also, das ist natürlich eine andere Sache, weil sie vielleicht kein Auto haben, oder keine andere Möglichkeit haben, oder, oder, äh, weil in der Familie vielleicht auch ein Auto ist und ein anderer Teil braucht eins, aber bla 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 bla, äh, ja, das kennen wir ja alle schon, und, auf jeden Fall, ganz ehrlich, wenn ich so dieses Jahr so hoch rechne, die Möglichkeit zu fahren und die Lust, naja, gut, die Lust darf man vielleicht nicht dazu rechnen, weil Lust hatte ich eigentlich mehr, aber, äh, ja, die Möglichkeit zu fahren, äh, die war dieses Jahr wirklich sehr, sehr, sehr bescheiden, das war sehr, sehr feucht, es war oft kaltfeucht, ähm, natürlich dann nur auf irgendeiner freien Fläche gerade auszufahren, das macht dann natürlich auch keinen großen Spaß, ähm, das hat mich ja bei meinem Hasi-Video schon ein bisschen, äh, behindert, gut, da kam noch der PC und, äh, die kam mir dazu, aber egal, äh, nicht, dass ihr denkt, ihr hört jetzt den Lacto-Weiß-Kanal oder so, ne, äh, ich hoffe, man kann es noch trennen, naja, auf jeden Fall, ähm, jetzt nochmal, um zur Geschichte zurückzukommen, da ist dann natürlich, äh, es wird immer gesagt, ja, der Biker, der wohl im Winter fährt, der hat die, äh, wesentlich mehr Erfahrung, und, ähm, der kommt auch wesentlich weiter, und, äh, äh, der braucht auch kein, äh, äh, ähm, ja, kein Fahrsicherheitstraining, weil er ja immer da mit in dem Fahren mit drin ist, und, äh, ja, nee, Leute, ist, ähm, Blödsinn. Also, ich meine ganz ehrlich, dass, ähm, die Winterfahrer genauso gut oder genauso schlecht sind, wie die Sommerfahrer, die Sommerfahrer vielleicht, ähm, ja, nicht nur rein technisch, sondern auch, äh, sagen wir mal, gesundheitlich, äh, die Vernünftigeren sind, und, ähm, ja, 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 doch, sind sie einfach, also, es lässt sich irgendwie gar nicht anders erklären, ähm, die, jetzt habe ich hier irgendwo einen Faden verloren, mal gucken, ob der hier irgendwo, irgendwo hier einen Faden liegt, nee, hier liegt kein Faden, na gut, auf jeden Fall, ähm, sollte sich der Bruchstrichfahrer, ich meine, das ist schon mal eh schon ein böses Wort, irgendwie, ähm, sollte sich der Bruchstrichfahrer, ähm, einfach an, äh, ein paar kleine Kriterien halten, wie, ähm, wenn du dein Moped, wenn du da das erste Mal wieder draufsteigst, jetzt meine ich wegen am ersten dritten, oder am ersten vierten, je nachdem, äh, was für Saisonkenzeichen ihr habt, äh, äh, dann, macht ein bisschen langsam, tastet euch einfach wieder ran, tastet euch einfach an das Gefühl wieder ran, und, ähm, wenn ihr eine Möglichkeit habt, vielleicht ein Fahrsicherheitstraining zu machen, dann macht das, es schadet nichts, ähm, es ist immer Spaß und Gaudi da irgendwie dabei, und, äh, lasst sich auch nicht drängen, und, äh, irgendwie nötigen, von welchen die meinen, die sitzen den ersten Tag auf dem Bock, und müssen hier, äh, plus drei Grad, oder vier Grad, ich weiß ja nicht, wie die Temperatur bis dahin ist, ähm, schon mit, äh, 160 irgendwelche Kurven nehmen, diese vielleicht im Sommer noch nicht mal so nehmen würden, aber das sieht man dann ja, weil, die sind ja dann, ähm, anderweitig, äh, verblieben, naja, auf jeden Fall, wenn ihr euch an die paar Punkte da haltet, dass ihr einfach, äh, äh, euch an Ridesafe und an Fahren mit Hirn, äh, daran, ähm, ja, daran erinnert, dass man einfach ein bisschen vorsichtiger ist, und, dass man, äh, es sich langsam rantastet, dann kann euch, denke ich mal, wenig passieren, außer, äh, es sind dann natürlich wieder welche, die euch dann abräumen wollen, ne, aber, naja, so, wie gesagt, mein Entschluss steht irgendwo fest, Berufsstrichfahrer sind nicht die, ähm, schlechteren Fahrer, da, ähm, die, ganzjahresfahrer, kannst du ja auch nicht sagen, weil eigentlich ist das Moped ja nur, äh, das ganze Jahr angemeldet, und, ähm, oh, hier ist noch feucht, müssen aufpassen, ja, ich, äh, äh, schätze alle gleich ein, ich respektiere jeden, der während der Wintermonate nicht fährt, oder nur ganz, 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 ganz selten fährt, weil er sagt, nee, du, das, ähm, tue ich jetzt meine, äh, mein Mädchen hier, meine Dicken oder so, tue ich das jetzt nicht an, und ich, ähm, ich möchte lieber, ähm, im Frühjahr erst fahren, wenn die Temperaturen dann besser sind, bleibt bei eurer Meinung, bleibt bei dem Ding, die anderen, die muss ich aufregen, das ist alles nur so, macht die Pause, ähm, ja, das war es eigentlich schon so, ähm, was ich dazu sagen wollte, wahrscheinlich ein bisschen ausführlicher, und wie immer mal ein bisschen katastrophal durcheinander, aber, naja, ähm, bleibt sauber, passt auf, ich wünsche euch einen super, guten, neuen Start, ihr Bruchstrichfahrer, nochmal betont, ähm, lasst euch nicht vollquatschen, macht euer Ding, ride safe, die Gummis immer unten, das Metall immer oben, und dann klappt das, ähm, schaltet einfach ein bisschen das Ding da oben ein, die Murmel, oder das, was unter der Murmel da ist, und, äh, dann kommt ihr auch gut durch, man sieht sich, äh, man hört sich, vielleicht trifft man sich, ciao, ciao, bis die Tage, oder, wie ich ja jetzt immer sage, ciao mit au, und schön mit ö, euer, Michel, oder, Dotzar, ciao, 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 und, ciao, Vielen Dank.